Amnesia Ankert Amnesia Ankert Amnesia Ankert der Bestandteil mit diesem... Ich glaube, das ist ein Bestandteil des Sekrets ist von dem Wasserbewohner Kernk. Wenn wir uns jetzt nur mal zurückerinnern, gibt es noch einen Brunnen, wo wir versucht haben, irgendwie immer was reinzupacken. Was aber nie geklappt hat. So, und ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, wo ich jetzt gerade wieder bin. Die Tür rührt sich nicht genau. Wir sind ja hier im Labor. Nee, im Labor sind wir gar nicht. Was sind wir denn hier eigentlich? Hallo? Ach, wir sind ja hier. Ja, ja, ja. So, und den, den ich meine, den Brunnen, oder wo ich denke, dass wir hin hätten gemusst, wo wir jetzt leider nicht mehr hinkommen, ist der Brunnen hier hinten in der Ecke. So, das heißt, dadurch, dass hier alles eingestürzt ist, kommen wir da nicht mehr hin. Aber wir gucken vorsichtshalber mal hier, wo ich mich nicht täusche. Ob es hier vielleicht im Brunnen geht, ja, weiß ich nicht. Nee, kommen wir aber auch nicht weiter. Nö. Deswegen habe ich nämlich das Gefühl, als ob wir das Rätsel nicht mehr gelöst bekommen. Leider. Weil, jetzt kommt nämlich der Clou, wir haben ja hier noch in unserem Inventar noch das Fleisch. und ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwas mit dem Fleisch noch machen müssen. Wie zum Beispiel, einfach nur eine Theorie, das Fleisch irgendwie an das Seil bringen, um dann es abzulassen. Da, wo der Typ da anscheinend drin ist. Und, und, äh, ja. Dadurch, dass wir da nicht mehr hinkommen. Das Einzige, was wir natürlich noch versuchen könnten ist, wenn es nicht der Brunnen war, wir haben doch noch, wo wir ganz, also in der letzten Folge oder vorletzten Folge sind wir doch gefangen genommen worden. Und, nee, warte, falsche Richtung. Und sind doch, äh, hier runter. Äh, gerannt. Weil wir doch, glaube ich, verfolgt wurden oder so. Oh, 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 irgendwas war da. Und ich glaube doch, dass hier oben auch so ein Brunnen war, wo wir doch wiedergekommen sind. So, warte. So, hier geht's auch nicht mehr weiter. Aber hier geht's noch mal zurück, genau. Und hier gab's doch auch einen Brunnen. Hier. Hier gibt's doch auch eine Kurbel, ne? Genau. Was ist denn, wenn wir jetzt versuchen? da hat Fleisch? Ja, dann. Okay. Äh, ist zwar jetzt nicht der Brunnen, den ich dachte, den wir brauchen, aber gut. Wahrscheinlich jemand unten drinnen zu sein, als beworben. Und der ist hoch? Bitte nicht? Kann ich, kann ich das wieder hochziehen? Hallo? Mal gucken, was ihr uns übrig gelassen habt. Oder vielleicht auch nicht? Äh, okay. Was ist das? Nein, 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 nein. Bleibst du bitte hier. Hallo? Achso, Mann ist mit Schleim bedeckt. Wofür passt das? Und mit diesem Schleim können wir doch bestimmt dieses, weil es stand ja da drinnen mit dem, mit diesem Sekret, was ja auch der Schleim wäre. Oh Gott, ich hab kein Öl mehr. Ähm. Oh, das ist jetzt gar nicht gut. Habe ich noch Öl? Warte, warte, ich hab zweimal Öl. Das ist jetzt aber, zweimal Öl ist nicht mehr viel. Also ich hoffe, dass wir dann bald demnächst wieder ein bisschen Öl finden. Aber mal gucken. Jetzt muss man nämlich erstmal wieder zurück zum Labor. Zum Labor? Hey. Ohm. War da hier noch das Labor? War ja gar nicht das Labor, ne? Oh, meine Orientierung. Ja, die Tür rührt sich nicht. Hier war ja gar nicht das Labor. Wo war denn das Labor? Ja, die sind ja gut boy. Gut boy, Daniel. Ja, ich hab auch richtigere Sachen zu tun. Genau, warte mal, hier waren jetzt die Dinger. Aber hier war doch nur noch die Richtung zum Altar. Äh. Also wir gehen jetzt mal da lang. Aber da ist ja auch das Labor. Nee. Oder doch? Äh. Warte mal. Weil da kommen wir nicht mehr hin. Da geht's. Oha, zu dem? Ist hier das Labor? Oh, meine Orientierung. Ey, das geht so schlecht. Äh. Hier geht's nur runter. Was ich mit dem hier machen muss, das weiß ich auch noch nicht. Also wir haben ja hinten noch den Altar, wo wir die Kugel hergestellt haben. Da haben wir ja jetzt ja auch, der Orp ist jetzt da. Und der hat sich ja mit irgendwas verbunden. Jetzt haben wir aber immer noch den Strom. Und irgendwie müssen wir wahrscheinlich schaffen, diese Maschine hier zum Stoppen zu kriegen. Im besten Fall, dass wir einfach hier was hier zwischenschmeißen. Okay. Wir können, wir können das Zahnrad blockieren. Womit? Mit einem anderen Zahnrad? Oder? Nee. Schau mal. Wollte ich hier so einen Stein mitnehmen? Möchtest du es mit dem Stein machen? Einfach so da draufschmeißen? Okay. Das hat jetzt nicht so das Grün verziehen. Okay. 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 Beruhigen Sie sich. Äh. Ähm. Hallo? Oh oh. Da ist wer. Äh. Da ist wer. Da ist wer. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Hier? Hier? Vielleicht hier? Er kommt jetzt hier nicht runter, oder? Bitte nicht. Oder? Oder? Hallo? Sieht man da? Okay. Hier ist es. Hier. Hier ist es. Hier ist es. Okay. Hier ist keiner. Oh. Spannend. Könnte ich den Stein nehmen, um mich zu verteidigen? Okay. Er läuft da hinten noch. Und er ist weg. Wo ist er denn? Er läuft da. Okay. 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 Wir lassen ihn mal laufen. Äh. Ich hoffe. Aber der läuft ja jetzt Richtung. Ach der läuft jetzt glaube ich Richtung Altar. Kann das sein? Ja. Wo ist er denn? Okay. Ich kann schnell nochmal zurück. Ich wollte eigentlich nur den Trank herstellen, weil ich dachte, ich komme da zum, äh, zum Labor. Aber das war nicht der richtige Weg. Wo war denn nochmal das Labor? Wo war das Labor? Oben? Nee. Oder? Hö. Wo war das Labor? Wo wir den Trank herstellen konnten. Ist er nicht da und es war nicht dort. So, hier sind die Zellen. Genau. Okay. Gut. Oh. Ja, ja. Time is running short. Ach, warte mal. Das Labor war doch hier. Warte mal. Bin ich dran vorbeigelaufen? Das Labor war doch bestimmt hier oben, oder? Ja, geradezu. Okay. 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 Jetzt wieder. Orientierung ist wieder da. So. Weil wir haben ja hier den Trank ja fast fertig. Uns fehlt ja wirklich nur dieser Trampett. Oder weiß ich nicht, wie das hieß. Oder Trampett. Jetzt gucken wir mal. Können wir das da reinlegen? Nicht das da jetzt. Cool. Und der Knochen ist aufgelöst. So, wir haben aufgenommen, aufgenommen, Wires Tonicum. Na, dann geben wir das doch mal unserem netten Freund. Was? Jetzt passt das auf. Abbrechen wir zuerst das Tonicum und nimm eigentlich Sieg, um mir den Kopf abzuschneiden? Okay. Sehr gut. Take my hand and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening it in the frame. But you mean, why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to argue. Quickly, officer. Okay, wenn du das gewünscht, dass ich dir den Kopf abschneide, dann schneide ich dir den Kopf ab. Aber... Warum? Wo ist er? Oh nein, da liegt er. Aufgenommen. Agripaus Kopf. So, und sein Wunsch war jetzt gewesen, okay, ich soll ihm das Tonicum geben, soll ihm den Kopf absägen. Und dann in die Heiligtümer. Äh... Ach ja, die Heiligtümer sind ja, glaube ich, hinten beim Altar, ne? Da, wo die Kugel ist. Wir sollen seinen Kopf unbedingt mitnehmen, weil er uns helfen könnte, gegen Alexander zu bestehen? Oh, manno, 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 manno. Na gut, äh... Wir probieren's. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht überrascht werden. Was? Da ist jetzt hier keiner, ne? Hallo? Gerade zu gut? Ist keiner? Okay, cool, cool, cool. Und da kann keiner kommen? Könnt jetzt noch einer von da kommen? Okay. Okay, wir rennen Richtung Portal. Glaub ich. Und können jetzt durchgehen, weil wir ja die Maschine gerade eben zufällig kaputt gemacht haben. Dürfte jetzt... Aha. War hier nicht... Wo ist die Kugel hin? Hä? Hä? Wie jetzt? Wo ist die Kugel hin? Okay, wir sind... Wir gehen ganz schnell, aber nicht... Inneres Heiligtum. Okay. Gott. Wo geht's... Wo geht's jetzt hier lang? Also, wo kommen wir jetzt raus? Okay... 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 Wo sind wir hier? Ohohohohoh... Ohohohohoh... Gibt's hier noch einen Himmel, dass ich das hier zu machen kann? Nein, gibt's nicht. Okay, äh, wir sind hier in... Wo sind wir? Hä? Okay, wir lassen uns einfach nur wissen, was durch. 1839. Es ist nicht fair. Ich bin nicht zu schulden. Ich bin manipuliert von diesem Dämon. Ja, gut. Du sprachst meine schuldige Bewusstsein und hast mich in die Schäufe einzigartigen. Oh, das vile, konspiring man. Er will mich treffen, dass ich meine Todesmöhe, als er die Macht über die Schäufe aus der imagination ist? Alexander, ich werde dich töten, was du gemacht hast. Wenn nur die Schäufe mich in London oder Algerien unterhalten, ich hätte nicht diese Humiliation bekommen. Du hast mich ein Verbeer. Ein Monster. Und jetzt, ich nur erwarte meine Todesmöhe. Ich bin zu weich, um aufzupassen. Ich kann gar nicht stehen, als ob meine Knie mich verfolgen. Ich kann nicht sehen, als ob meine Augen in Tränen in Tränen sind. Ich bin so verletzt als die Männer, die ich gestorben habe. Wenn ich nur meine Angst wegwerfen könnte, als ob wir mit ihnen gemacht haben. Weil er hat ja auch immer noch die Entscheidung, kann er ja selber treffen, ob er das macht, was der andere von ihm verlangt und so. Aber, ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Was ist das? Ist da eine Flüssigkeit drinne? Okay, warte mal. Äh, er wurde ziemlich stark. Dann nehmen wir doch erstmal mal hier so ein bisschen Heiltrank. Leichte Kopfschmerzen. Okay, das war nicht gut. Oder doch? Okay, ne. Äh, ich muss hier irgendwie, glaub ich, noch was anderes machen. Ich weiß nur nicht was. Okay. Ich muss mich da in diesen Zirkel stellen. Warum auch immer. Mir geht's noch gut. Jetzt kann ich hier wieder reingrabbeln, oder was? Ist das richtig, was ich hier mache? Ich glaub nicht. Oder? Oh, dieser Piepton. Okay, 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 okay. Komm, wir gehen vielleicht doch nochmal woanders hin. Vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal raus. Von da sind wir gekommen. Warum ist da das Torf? Okay. Gehen wir einfach mal hier durch. Oh, hier ist auch wieder sowas. Oh no. Muss ich das gleiche jetzt machen wie da drüben? Also, das hier anfassen? Mich hier wieder reinstellen? Und jetzt? Ah, ich schnee von blauen Flecken. Okay. Oh, w-w-w-wie, jetzt? Jetzt hier nochmal ran, oder wie? Nee. Nee. Okay. Das hab ich jetzt auch gemacht. Ist jetzt das Tor offen? Nee. Hä? Okay. Damit kann ich nichts mehr machen. Und ich hier irgendwie hinten... Die Tür lässt sich nicht öffnen. Okay, warte, 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 warte. Die schwere Tür ist verschlossen. Suche etwas, um sie zu öffnen. Ja, was? Suche etwas, um sie zu öffnen. Äh... Ja. Ist hier alles ein bisschen anders. Also, ich kann hier nicht irgendwie mir hier was mitnehmen. Oder doch? Hm... Shouldn't trust him. Shouldn't trust him, ja. Das ist richtig. Du hättest ihm nicht glauben sollen. Oder vertrauen sollen. Äh... Wie mach ich denn jetzt das andere auf? Hier kann ich jetzt nur... ...das anmachen. Wir können übrigens mal alles anmachen. Ich seh grad, ich hab hier 23 Zunderbuchsen. So. Vielleicht ist es ja auch, äh... ...ne Möglichkeit, weiterzukommen. Aber wie krieg ich dieses Tor auf? Äh... Dann machen wir hier auch überall mal Lämpchen an. Da Lämpchen an. Dort Lämpchen an. Okay. Hier kann ich nichts weiter machen. Mache ich hier wieder Lämpchen an? Hier Lämpchen an? Hier Lämpchen an? Okay. Habe ich jetzt das Tor aufgemacht, weil ich mich da hingestellt habe? Kannst du dich ganz kurz wieder beruhigen? Das wär... 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 Wär super. Wie hab ich denn hier noch? Okay. Ist noch... Ist noch... Okay. Oha, okay. Das hat's auf jeden Fall gebracht. Weil hier vorne ist... Ein bisschen Action. Action. Oh Gott. Ich kann mich nicht so bewegen. Also es tut mir wirklich leid, falls ihr das jetzt hier alle so seht. Und euch schlecht wird. Dann ist nicht gewollt von mir. Kommen wir jetzt hier hin? Also... Okay. Kugelkammer. Wird da jetzt die Kugel, die wir zusammengebastelt haben? Und liegt da eventuell auch die andere Kugel von... Äh... Okay, hier liegen ein paar Kugeln, wie ich gerade sehe. Ich fragte mich, ob du uns zu zeigen würdest. Ich sehe einen Krippler, der dich überzeugt hat, dass du ein paar Errungen zu fahren. Sag mir. Ist jetzt alles schön und klar? Bin ich der Wille? Gut und schrecklich. So komfortvolle Konzepte. Aber gar nicht verwendbar. So komfortvolle Konzepte. Du bist so blind, dass du keinen Gugel in mir oder Böse in einem Krippler sehen. Also ich sehe, bei euch beiden nichts Gutes und auch nichts Böses, also ja doch Böses vielleicht schon, aber wenn wir nichts Gutes, und warum, also was ich jetzt mit dem Kopf hier irgendwas mache? Das Portal hat sich noch nicht geöffnet, also das heißt wenn das Portal sich öffnet, muss ich den Kopf da rein, reinschmeißen von ihm, und wie öffnet sich das Portal, öffnet er das jetzt? Warte mal, gibt es dazu vielleicht einen Hinweis, ne, leider nicht, was passiert jetzt hier? Der Mast ist instabil und wird gleich umkriegt, das ist okay, warum nicht? Fall doch um! Komm, fällst du nicht um! Fall doch! Hehehe, ich fände dich doch nur um, 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 umstoßen, oder muss ich, hä? Muss ich dich umstoßen? Gott! Warte mal schlimmer! Warte, 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 andere Welt, Kopf da rein! Wie? Nachhause? Okay! Was hab ich denn jetzt ruiniert? Oh Gott! Was hab ich denn jetzt zu schaden? Aha! Ist er jetzt gestorben? Hallo? Okay, da vorne? Blimmert was? Da ist er! Wie ist er! Siehst du ihn, Weyer? Er verdreht so viel mehr! Bitte, helf ihm! Ich weiß, dass du es kannst! Ich will nicht mehr, Daniel! Es wird alles gut sein! Hä? Sind wir jetzt selbst in das Portal reingeflogen? Neee! Okay, das war Amnesia. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Und wir sind durch Krass Ja, also Krass Ja Wie, warum sind wir Okay, ganz verstehe ich das Ende noch nicht Also wir haben zum Glück hinbekommen den Trank Finde ich sehr gut Damit haben wir ja Agrippa jetzt Quasi mitnehmen können Für Für das Ende Wir brauchten ihn anscheinend auch unbedingt Wir haben Alexander Dann damit umgebracht Wahrscheinlich Und sind selbst irgendwo hingezogen worden Und Wire soll sich um uns kümmern Okay, cool Vielleicht verrät uns ja auch Der zweite Teil von Amnesia Einfach wie es weiter geht Oder es gibt bei Amnesia mehrere Enden Das weiß ich leider nicht Ich hoffe dennoch, ihr hattet ein bisschen Spaß Auch wenn die Folge natürlich jetzt nicht anderthalb Stunden lang ist Sondern nur Ungefähr Around about 24, 25 Minuten Lasst uns wissen, ob euch so ein Projekt gefallen hat Und ob wir öfter so eine Projekte machen sollen Gerne in die Kommentare einfach mal reinschreiben Und ansonsten wünsche ich euch allen Einen angenehmen Tag Und wir sehen uns einfach beim nächsten Projekt Bis dann sage ich erstmal Einen angenehren 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 Untertitelung des ZDF, 2020